Musik Ist der Sommer jetzt also doch noch gekommen? Aber warten Sie mit dem Genießen nicht erst auf das Wochenende. Dann könnte es schon wieder vorbei sein. Musik Sonne pur und sommerliche Temperaturen. Das Wetter am Mittwoch verspricht sehr viel. Die Temperaturen steigen von 12 Grad am Morgen auf 26 Grad am Nachmittag. Die Nacht auf Donnerstag ist klar bei Werten um 16 bis 17 Grad. Das sommerliche Wetter setzt sich auch am Donnerstag fort und setzt sogar noch eins drauf. Es werden Temperaturen bis 30 Grad erwartet. Auch der Freitag ist zunächst freundlich. Pünktlich zum Wochenende setzt allerdings wieder Regenwetter ein. Zunächst am Freitagabend Schauer und Gewitter, am Samstag dann wieder regnerisch.